Ich werde eines Tages Europa erreichen oder stärken. Für das Problem, das man leben lässt, gibt es keine andere Lösung. Was ist das genau? Europa? Europa? Na, Europa! Europa, du heißt jetzt Bintu Tianna. Pack deine Sachen! Du musst mich bezahlen! Bezahlen? Warum muss ich dich bezahlen? Hey! Das war so vereinbart! Ich hab dich hierher gebracht! Es kommt der Moment, wo es aufhört! 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 Und meine Ersparnisse mir ausreichend erschienen, um die Weiterreise zu versuchen. Das bin ich, Kadhi Denmar! Lauf! Lauf! Rult ist hinter mir! Die hellen Stimme meines jungen Mannes! Ein halbes Kind noch! Lauf! Plötzlich sehen wir vor uns keine 50 Meter entfernt! Was wir uns seit Tagen erhofft, bevor wir uns seit Tagen gefürchtet haben! Das Meer! Das Mittelmeer ist die Geburtsstätte Europas und mittlerweile Schauplatz seines größten Versammens! Die meisten haben nicht die Möglichkeit, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen! Ich kann es! Allah zieht ihn an seiner Jacke! Der Strand ist der gefährlichste Abschnitt auf dem Weg nach Europa! An ihn begegnen sich die Räuber des Landes und des Meeres! Die Flüchtlinge werden am Strand oft überfallen und ausgeplündert! Das sind doch Menschen! Keine Tiere! Panik bricht auf Allahs Boot aus! Wir werden alle sterben! 3.000 Euro, ansonsten könnte man ihn in Sambia nicht länger beschützen! Hamad begreift, er wurde wieder gekidnappt! Verkauft! 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 Ver